Anders als bei Unwetterzündungen, Superzellen, was wir in der Gangart schon gesehen haben und auch in Zukunft noch mehr sehen werden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Satellitenbild-Analyse hier am 17. Dezember 2023 auf dem Wetteradlerkanal. Ganz kurz vor Weihnachten, der Schnee, der überall gefallen ist, schmilzt gerade wieder weg. Oh Wunder! Und die Umfrage, die wir gerade reingestellt haben, ist nicht ohne Grund reingestellt. Ich bin sehr froh, dass den meisten Menschen es gut geht und dass sie nicht krank sind. Allerdings haben wir aus vielen Ecken und von einigen Heilpraktikern gehört, dass gerade ziemlich viele Menschen krank sind, sozusagen jeder Zweite. Und das ist natürlich nicht schön. Teilweise kamen auch Aussagen wie, das ist ja schlimmer als zu Pandemiezeiten. Und es wird sich natürlich für diese Aktionen, nenne ich das jetzt mal, auch immer gerne die Zeit des Jahres ausgewählt, wo das Immunsystem sowieso sehr weit unten ist, sag ich mal, wenn man nicht die entsprechenden Supplementierungen macht. Der Klassiker Vitamin D3 und so weiter, also die Abwehrkräfte stärkend. Und der Sonnenstand sowieso sehr niedrig ist, das heißt wir alle sowieso sehr wenig Sonnenlicht bekommen. Das sieht man ja auch an den ehemaligen Corona-Verlaufskurven, dass im Sommer die Infektionsraten und so weiter immer sehr niedrig waren. Deswegen alles kein Zufall hier, daher die Umfrage. Aber ich bin sehr froh, dass sie sozusagen positiv ausgefallen ist. Und jetzt widmen wir uns wieder dem Hauptthema. Und zwar befinden wir uns hier auf windy.com, das kennen wir alle schon. Und wir haben jetzt gerade mit einem Hochdruckgebiet hier in Europa zu tun, was natürlich dafür sorgt, dass wir weiten Landes blauen Himmel haben sozusagen. Die Stellen, die hier Nürnberg und so weiter und Prag und Wien, das heißt Österreich und auch Teile von Frankreich, Spanien, die sind relativ mit blauem Himmel. Ein paar Schleier haben wir da von dem Partikelplasma in der Atmosphäre der Chemtrails, diese weißen Schichten. Und ansonsten können wir auch sehen, wenn wir hier auf die Temperaturkarte wechseln und dann auf drei Kilometer gehen, dann haben wir hier dieses rechtsdrehende Hochdruckgebiet. Wir können aber auch natürlich die Windkarte uns anschauen. Da sehen wir uns das Ganze auch, dass wir diesen Rechtsstrahl haben und hier am Jetstream wieder fröhlich gedreht wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Feuchtigkeit können wir uns auch noch anschauen. Das heißt, wir haben hier auf fünf Kilometer, wenn wir auf sieben Kilometer gehen, dann mit den oberen Atmosphären schichten und auf fast allen Ebenen sehen wir das rechtsdrehende Hochdruckgebiet, was hier eben kein Platz für das Wasser lässt. Deswegen Hochdruckgebiet, viel Luft, wenig Platz für Wasser, um Wolken auszubilden. Was uns aber nicht davon abhält, dass wir auf den niedrigeren Ebenen hier diese Schleier sozusagen haben. Ich gehe mal hier ein bisschen vor, das wird auch wieder hinkommen, wenn die Sonne aufgegangen ist. Wir sind jetzt hier 10 Uhr, 12 Uhr. Das ist das Ganze, was wir hier in Norddeutschland und auch im Großteil von Polen sehen. Das sind diese niedrigeren Wolkenschichten, wo wir schon ganz oft gesehen haben, dass die mit Frequenzen zusammenhängen. Ein bisschen was können wir hier noch in Großbritannien erkennen. Da sieht man, wie die Skalar-Interferometrie hier einwirkt auf dieses Partikel, dieses abgesunkene Partikelplasma, auf die Kohlenstoffderivate, auf die Bariumstronsum-Titanatkristalle und dann eben diese niedriger fliegende Wolkenschicht hier bildet. Man kann hier auch schön die Interferenzen sehen. Das heißt, das hat hier nicht mehr viel mit Lehwellen zu tun. Das ist Zick-Zack-Muster. Das sind alles verschiedene Frequenzmuster, die sich ineinander überschneiden sozusagen. Und das sorgt halt trotz des Hochdruckgebiets für diese festgetackerte Wolkendecker, haben wir es in der Vergangenheit genannt. Und hier südlich, da bei Salzburg, München, da sieht man noch so ein bisschen diese frischen Chemtrails, die hier ausgebreitet werden, die eben das Partikelplasma die Grundlage legen für das moderne Wetter sozusagen. So, und jetzt wechseln wir auch schon zur Türkei. Da springe ich mal ganz kurz hin. Wo ist sie? Großes Land. Da ist es. Und da sehen wir auch, es ist weitestgehend bedeckt gerade. Ich gehe mal hier auf die 12-Stunden-Ansicht. Und wir haben hier leider ein bisschen Qualitätsverlust auf der rechten Seite. Wenn wir dahin gehen, wo die Sonne aufgeht, sagen wir mal hier so, dann sehen wir, dass die Aufnahme hier bei Windy ziemlich verschwommen ist. Manchmal ist das sehr spannend, gerade wenn besondere Aktivitäten zu sehen sind. Dann ist es so, dass Windy genau zu der Zeit Daten von den Satellitenbetreibern kommt. Die sieht man hier unten rechts in der Ecke. In dem Fall ist es jetzt Eumetsat und Nowcast. Nowcast ist wahrscheinlich eher für die Blitze. Man kann ja auch die Blitze anzeigen. Und dass die Daten manchmal, wenn es gerade spannend ist, dann hat man hier wirklich mit Qualitätsverlust zu kämpfen. Da fragt man sich dann auch, was ist das für ein Zufall? Aber diese Karte interessiert uns jetzt gerade nicht so sehr. Und zwar wollen wir auf das Wetterradar wechseln und da wird es dann spannend. Wie gesagt, die eine oder andere Mail hat uns schon erreicht. Wir können hier auch das Ganze abspielen lassen. Das Ganze ist jetzt ein Niederschlagsradar. Das sind quasi die Radarstrahlen, die von den Wetterradaren ausgesendet werden. Hier sieht man auch so ein bisschen, dass sie teilweise aktiv sind. Wenn man hier zurückgeht, hier oben, da strahlt gerade eins raus, pulst raus. Auch hier überall mal wieder pulsierende, phasengesteuerte Radarstrahlen. Und wir haben jetzt hier die Radare in dem Fall in der Türkei noch nicht markiert auf dieser Karte. Aber die Türkei ist auch zugepflastert mit den Dopplerradaren. Diese sind aber sehr wahrscheinlich jetzt in diesem Fall unserer Meinung nach nicht dafür verantwortlich, dass wir hier dieses fraktale Muster haben. Weil das, was wir hier sehen, ist ja sozusagen ein Niederschlagsradar. Das heißt, die Radare senden Frequenzen aus, meistens im 5 Gigahertz Bereich. Das muss eine Resonanzfrequenz von einem Wassermolekül sein, damit man eben auch das Wasser in der Atmosphäre überhaupt messen kann. Das heißt, du brauchst ja einen Sender, einen Empfänger. Und wenn du das Wasser in der Atmosphäre messen möchtest, dann brauchst du natürlich auch eine Frequenz, die dem Molekül des Wassers entspricht. Und ab einer gewissen Partikelgröße, ab einer gewissen Clustergröße sozusagen, wird die Feuchtigkeit sozusagen von dem Radar dann empfangen. Okay, so spannend ist jetzt aber, warum hier auch dieses Fraktalmuster angezeigt wird. Denn wir sehen ja, dass es stationär ist. Das heißt, es zieht hier nicht, bewegt sich nicht und hat mit der eigentlichen Feuchtigkeit, die so übers Land zieht, nicht viel zu tun. Das heißt, was ist denn das jetzt? Ganz ehrliche Antwort, wir wissen es noch nicht. Aber was auffällt ist, besonders wenn man es mit anderen Karten vergleicht, dazu gehen wir mal ganz kurz, machen wir es mal kleiner. Es erinnert doch schon sehr an Ländergrenzen und zwar an Bundesländern. Wir haben uns jetzt hier mal die Mühe gemacht und haben auf NASA Worldview geschaut, weil auf Google Maps hat man jetzt nicht so viel gefunden. Und zwar haben wir uns hier oben dran orientiert an Synop und haben dann mal geschaut, okay, wo finden wir denn diese Struktur hier wieder? Und da ist kein Gebirge, kein Garnix, auch keine Straße, auch kein Fluss. Was hier allerdings ist, und das haben wir auf NASA Worldview gesehen, wir haben hier diese Ländergrenze. Es geht hier runter, dann geht es rechts rum, dann haben wir diesen Bogen, dann geht es wieder runter bis nach Al-Azöky. Und das können wir uns auch hier anzeigen lassen. Und zwar müsste das irgendwo hier sein. Noch ein bisschen weiter rein, da. Und dann geht es rechts ab. Hier, da geht es rechts ab. Das heißt, das passt zusammen. Und das haben wir jetzt erstmal für den Bereich gemacht. Dann geht es hier nämlich weiter bis nach Hachikai und dann wieder nördlich hoch und gleichzeitig rechts runter. Und das ist genau das, was wir hier auch finden. Da ist der Ort Hachikai oder Sai. Und da geht es dann hoch und da geht es dann runter. Das heißt, da verlaufen irgendwie die Ländergrenzen, wenn ich mich nicht täusche. Und da würde ich euch jetzt einfach mal bitten, wenn ihr Lust und Zeit habt, weil das ist natürlich Arbeit hier, die Satellitenaufnahmen durchzugehen. Und was gibt es denn noch für Karten? Und wir haben hier ziemlich viele Karten auf NASA Worldview. Also einfach mal reingehen auf zum Beispiel Ebene hinzufügen. Und dann sieht man, ich habe ja schon ein bisschen was gemacht. Dann sieht man eben, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten haben. Wir haben hier Stürme, wir haben Feuer, wir haben Aerosolindexe. Das ist dann so eine Karte hier. Es gibt sehr, sehr viele Karten bis hin zu Smokeplums, Vegetation über dem Boden, Biomasse über dem Boden und so weiter. Das heißt, hier kann man wirklich durchklicken und mal schauen, welche Karten ergeben dieses Muster, was wir auf dem Wetterradar, auf dem Niederschlagsradar sehen. Denn was hier eigentlich gemessen wird, ist ja die Feuchtigkeit, das heißt Wassermoleküldichte. Und die ist ganz komischerweise hier jetzt in dem Moment an die Ländergrenzen gekoppelt. Das wäre jetzt die Frage. Auch hier kann man sehen, dass wir hier dieses Y haben. Also hier ist der Bogen und dann geht es hier runter. Und das haben wir hier auch genau das Gleiche. Das ist auch das einzige Land. Also hier überall sonst funktioniert es ganz gut. Ich meine, die Türkei ist ja auch geopolitisch gerade ziemlich Dreh- und Angelpunkt, wo wir an diesem Kanal nicht so sehr darauf eingehen. Aber dieses Muster ist schon sehr auffällig und es hat irgendwie, wie es aussieht, weniger mit den Radarstrahlen selbst zu tun. Anders als bei Unwetterzündungen, Superzellen, was wir in der Gang hat schon gesehen haben und auch in Zukunft noch mehr sehen werden. Haben wir es hier mit so einem fraktalen Muster zu tun. Und die Ländergrenzen kommen dem eben am dichtesten. Das war es auch schon. Schaut gerne mal rein. Und wenn jemand da noch eine Erkenntnis gewonnen hat, was das Ganze hier sein kann, kann er sich gerne unter info at wetteradler.eu bei uns melden und uns seine Informationen zutragen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis bald. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.